Ihr sucht das perfekte Wine & Food Pairing zu Sauvignon Blanc, dann haben wir hier etwas für euch. Zunächst schneidet ihr Chili, Ingwer, Knoblauch und Kurkuma klein, dann reibt ihr die Schale einer Limette und zerkleidet anschließend Frühlingszwiebeln und Koriander. Dann bratet ihr Ingwer und Kurkuma mit den Gewürzen zusammen in einem kleinen Topf an und löscht das Ganze mit Kokosmilch ab. Dann gebt ihr Austernsoße, Chili-Paste, Sojasauce und Gojian hinzu und lasst das Ganze einmal aufkochen. Dann folgen noch der Limettenabrieb und die Chilis. Anschließend frittiert ihr die Pompadoum und kocht die Reisbandnudeln. Anschließend bratet ihr die Zuckerschoten an und würzt das Ganze mit Salz und Pfeffer. Zuletzt bratet ihr noch den Kabeljau von beiden Seiten zwei Minuten an, sodass er innen noch glasig ist. Zum Servieren gebt ihr die Reisbandnudeln, die Zuckerschoten und den Kabeljau mit der Currysoße auf den Teller und streut die zerkleinerten Pompadoums und die Kräuter darüber. Garniert wird das Ganze mit etwas Limette. Perfekt dazu passt unser leckerer Sauvignon Blanc. Cheers und einen guten Appetit!